Hi! Bevor das Video startet, möchte ich ganz gerne zwei Sachen sagen. Erstens, ich trage heute Mütze, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir meine Haare zu schneiden und aussehe wie ein Lunenhannes. Ja, witzig, witzig, witzig. Und zweitens werde ich heute versuchen, ein paar Worte ein wenig zu umschreiben, weil ich möchte nicht schon wieder von YouTube eine Mail kriegen mit dem Betreff Freundchen, Freundchen, Freundchen. Und dementsprechend muss das leider so sein. Ihr werdet aber trotzdem aus dem Kontext verstehen, um welches Wort es sich handelt, denke ich. Viel Spaß! Ihr werdet alle diese neuartigen Serien kennen, die alle irgendwo neuartige Techniken benutzen. Better Call Saul, Breaking Bad, Lost. Die alle mit irgendwelchen Rückblenden arbeiten oder mit ganzen Perspektivwechsel folgen. Und man könnte der Meinung sein, dass diese Serien erst heute möglich sind, durch neuartige Filmtechniken oder aber auch durch die privaten Filmanbieter wie Netflix zum Beispiel, weil dort das Geld und auch der nötige kreative Freiraum zu finden ist. Niemand würde auf die Idee kommen, dass so etwas schon in der Vergangenheit gemacht worden ist und vor allem würde niemand glauben, dass das schon mal der Zwangsfunk, wie er so schön genannt wird, durchgeführt hat. Und was man auch nicht glauben würde, ist, dass das zu einem der größten TV-Skandale aller Zeiten geführt hat, den heutzutage aber fast keiner mehr kennt. Könnte man denken. Mein Name ist Dede Flachs und heute sprechen wir über die Schuld des ZDF. 1981 war die Welt nun wirklich noch in Ordnung. Zahlungsmittel war die gute alte D-Mark. Die Ehe zwischen Mann und Frau war nicht ein Sonderfall, der heute schon fast als rechts geframed wird. Und das Ozonloch war das damalige Angstszenario, wie heute zum Beispiel das Klima. Und Veganismus war nun wirklich damals nur etwas für völlige Spinner. Am 18. Januar 1981 startete im ZDF die sechsteilige TV-Serie. In dieser Serie ging es um den jungen Klaus Wagner, der immer am Anfang dieser Serie sich auf die Schienen legte. Und dann kam ein Zug. Jede einzelne Szene erzählte einen anderen Blickwinkel auf diese Geschichte. So wurden zum Beispiel die Lehrer, die Freunde, die Familie und auch die Freundin von Klaus Wagner in einer Folge begleitet. Und ihre Reaktion bzw. auch das Zustandekommen dieser Szene gezeigt. Die letzte Folge war da der Blickwinkel von Klaus Wagner selber. Und alles das, was dazu geführt hat, aus seiner Sicht, dass er auf die Schienen ging. Am Ende einer jeden Folge fasste ein Theologe nochmal das Gesehene zusammen und ordnete es ein. Weil ihr wisst ja, alle außer meinen Zuschauern sind einfach zu blöd. Aufgrund der ungewöhnlichen Machart wurde diese Serie von Kritikern und auch von Zuschauern absolut abgefeiert. Man kannte halt bis dato nur Geschichten eigentlich, die von A nach B verliefen. Und so war das halt etwas völlig Neues. Ebenso war auch der Inhalt, also die Eigenbeendigung sozusagen, etwas völlig Neues und noch nie dagewesen im TV. Vor allen Dingen nicht in dieser Art der Darstellung. Dennoch wurde die Serie nur noch einmal wiederholt im Jahre 1982 und danach nie wieder. Sie verschwand in den Giftschränken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wieso eigentlich? Nun, es meldete sich das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim damals. Und die merkten an, dass trotz der Einordnung eines Theologen die Serie eventuell genau den gegenteiligen Effekt gehabt haben kann, als das, was ursprünglich beabsichtigt worden war. Ursprünglich war diese Serie nämlich zur Aufklärung gedacht. Und man wollte aus sozialpsychologischer Sicht zeigen, dass eine Eigenbeendigung wie eine Splittergranate auf das soziale Umfeld wirkt. Man wollte halt verschiedene Leute davon abhalten, dieses auch wirklich durchzuführen und zu zeigen, dass kein Problem der Welt so groß ist, dass man zu diesem Schritt kommen sollte. Und ich kann euch wirklich sagen, Leute, das ist wirklich so. Jedoch in einer statistischen Untersuchung fand das Institut heraus, dass in zeitlichem Zusammenhang mit der Ausstrahlung dieser Serie die Selbstbeendigungsrate unter Zuhilfenahme von Bahnschienen bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren bei Männern um 175% zunahm, bei Frauen ungefähr 167%. Nach der zweiten Ausstrahlung dieser Serie waren es immerhin noch 115% Zunahme. Bei Männern ab 40 und Frauen ab 30 Jahren stellte man überhaupt gar keine Häufung fest. Ich weiß, was ihr jetzt sagen wollt, Korrelationen sind keine Kausalitäten, das stimmt, aber sie schließen sich auch nicht grundsätzlich aus. Das war eine Wahnsinnsmeldung, die im ZDF einschlug wie eine Bombe. Natürlich gaben sie sofort weitere Gutachten in Auftrag, die keinen Zusammenhang feststellten. Man kennt es vom heutigen Faktenfinder. Und das erinnert mich an den wirklich guten Spruch von Wladimir Putin, den er im Hinblick auf George W. Bush brachte. Ihr erinnert euch, George W. Bush war unter der Lüge, dass der Irak Massenvernichtungswaffen habe in den Irak einmarschiert. Und irgendwann mussten sie zugeben, wir haben jetzt keine gefunden und damit flog diese ganze Lüge halt auf. Wladimir Putin sagte daraufhin, wenn ich unter diesen Voraussetzungen in diesen Irak einmarschiert wäre, ich hätte welche gefunden. Fand ich lustig. Aber zurück zum Thema. Das ZDF hat, trotz dass es angeblich keinen Zusammenhang gefunden hat, diese Serie bis 2009 hart unter Verschluss gehalten. Mittlerweile kann man sie auf DVD erwerben. Doch warum erzähle ich euch jetzt eigentlich von dieser Serie? Nun, es gibt etwas Interessantes zu beobachten. Und zwar, die Macher vom ZDF ging eigentlich von einem ganz speziellen sozialpsychologischen Effekt aus. Und was sie nicht vorhersehen konnten, ist, dass der genaue Gegeneffekt eingetreten ist. Und darüber möchte ich ganz gerne ja mit euch sprechen. Die Macher gingen nämlich ganz klar von einem Papageno-Effekt aus. Der Papageno-Effekt ist benannt nach einer Figur aus Mozarts, die Zauberflöte. Papageno. Papageno ist sehr traurig und möchte am liebsten sein Leben beenden. Doch er wird von Freunden und Familie davon überzeugt, es nicht zu tun. Und in den Medien weiß man, dass man diesen Effekt künstlich erzeugen kann. Jedoch muss man einige Vorkehrungen treffen. Es muss konstruktives Krisenmanagement beschrieben werden. Monokausale Darstellungen des Motivs sollen verhindert werden. Das ZDF dachte, sie hätten alle diese Punkte erfüllt. Quasi nach Lehrbuch. Ich habe mir die Serie angesehen und ich muss sagen, vielleicht auch eher nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Das heißt, ich kann selber mit einer vorgefertigten Meinung das Ganze angesehen haben. Deswegen, wer daran interessiert ist, guckt es euch selber an. Wie dem auch sei, der Hintergedanke des ZDF war eigentlich ein sehr guter Gedanke. Nämlich das Tabu zu brechen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Gegebenenfalls auch Hilfestellungen für Menschen, die sich in so oder einer ähnlichen Situation befinden. Und ich glaube, dass der Gedanke wirklich schon gut gedacht war. Denn wir brauchen jetzt nicht davon ausgehen, dass das ZDF anfängt, seine Beitragszahler um die Ecke zu bringen. Also an sich ein hehres Ziel, doch es ist wie beim Fußball. Dinge, die gut gedacht sind, werden mitunter eher nicht so gut ausgeführt. Und das hat dann Folgen. Statt des Papageno-Effekts hat nämlich das Institut festgestellt, dass vielleicht der Gegeneffekt, der sogenannte Werter-Effekt, ausgelöst worden ist. Die Leiden des jungen Werter kennt sicherlich der ein oder andere von euch aus dem Deutschunterricht. Das hier ist übrigens mein Originalexemplar und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Buch. Kein Buch der Welt hat es geschafft, die männliche Gefühlswelt so gut in Bezug auf Liebe darzustellen. Also speziell ist dieses Buch auch für Frauen vielleicht sehr interessant. Man könnte auch sagen, es ist die erste Friendzone-Story der Welt. Dieses Buch ist von Johann Wolfgang von Goethe und es besteht eigentlich nur aus Briefen, die der junge Werter, manche sagen es war Goethe selbst, an seinen Freund schreibt. Dieses Werk hier machte Goethe über Nacht quasi berühmt. Und der Inhalt ist, dass der junge Werter eine freundschaftliche und später eine sehr verliebte Beziehung zu der jungen Lotte pflegt. Werter ist am Ende unsterblich in sie verliebt. Und jetzt kommt ein Spoiler, Achtung! Denn es ist nicht ganz unsterblich, denn als diese Liebe nicht erwidert wird, ballert er sich mit einer Pistole in die Birne. Viele Stunden später ist es dann vorbei mit ihm. Am Ende ist es wirklich nur noch ein übelstes Dahinvegetieren. In der Folge der Buchveröffentlichung damals gab es tatsächlich eine starke Häufung von Selbstbeendigungen junger verliebter Menschen. Entweder wurde in einem Abschiedsbrief das Buch erwähnt, manchmal fand man aber tatsächlich Exemplare davon nicht unweit der Beendeten. Und so entstand der Name Werter-Effekt. Und auch heute ist es noch so, dass man zum Beispiel nach den Geschichten von Chris Cornell, Chester Bennington oder Robert Encke einiges an Nachahmern findet. Aus diesem Grund, weil man die beiden Effekte Papageno-Effekt und Werter-Effekt kennt, aber auch aus den grundsätzlichen Lehren der Psychologie und auch aus dem Beispiel, zum Beispiel der Serie aus dem ZDF, hat man damit angefangen, Berichte über solche Selbstbeendigungen in Medien immer in einen gewissen Rahmen zu packen. Dieser informative Rahmen soll verhindern, dass es eben zu Nachahmern kommt. Und gleichzeitig soll es Hilfe anbieten. Denn nichts im Leben ist so schlimm, dass man zu so einer Tat greifen sollte. Falls du dich mit solchen Problemen plagen magst, es gibt auch Hilfe für dich. Spezialisten sind darauf ausgebildet und es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, sich um Hilfe zu bemühen. Und irgendwann wirst du sehen, dass ich recht habe und alles gut wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch nicht zu hart runtergezogen. Erfreut euch weiter an meiner Mütze. Ich wünsche euch einen fröhlichen Nikolaus. und gebt euch den Werter. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu lesen vielleicht, aber es ist ein gutes Buch. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018